Gleich kommt Hemo, der ja auch bekannt ist, Hemo Wallu von den One World Sessions, der viel aus der kurdischen Seite in die One World Session getragen hat, mit anderen Musikern zusammen auf der Bühne, ja, wie soll man sagen, die kurdische Kultur uns näher gebracht hat. Gelegentlich hat auch der halbe Saal dann Kreistänze gemacht. Also ein fantastischer Sassspieler und Sänger. Ja, hier so eine ganz persönliche Aufnahme, Hinterhof, Lagerfeuer. Einige Kurden sitzen zusammen und genießen den Abend, den Feierabend. Mit dabei an der Rahmtrommel ist Muhammad Bari. Viel Spaß mit der kurdischen Lagerfeuerkultur.